Hendrik Henk Uterweg war ein niederländischer Schauspieler in Film, Fernsehen und Theater. Darüber hinaus war er auch als Theaterregisseur aktiv, Leben und Karriere. Henk Uterweg, geboren 1938 in Moiden, arbeitete in den 1950er Jahren zuerst im Hotelfachgewerbe. 1961 schrieb er sich dann nach bestandener Aufnahmeprüfung für die Akademie der Schauspielkunst der Theaterschule in Amsterdam ein. Nach seinem Abschluss dort im Jahr 1964 debütierte er am Nouveau-Ter-Darmstoniel. Dann trat er in die Theatergruppe Studio ein, die damals von Kies van Iersel geleitet wurde und spielte die nächsten zehn Jahre am Zuideliktoniel Globe. Schließlich spielte er noch mehrere Jahre in der Theaterszene und in der Jugendgruppe am Stiltheater. Er nahm eine Reihe von Engagements bei freien Theatern wahr und war darüber hinaus auch Leiter von Amateurtheaterstücken in verschiedenen Studentenclubs. Von 1966 an sah man Henk Uterweg gelegentlich auch in Film- und Fernsehrollen. So spielte er unter anderem in den Fernsehminiserie SILD Strandjota und DC's De Klasse mit. Ferner hatte er 1981 einen kleinen Auftritt neben Götz George und Eberhard Feig im Horst Schiemanski Tartort Duisburg-Gruhrort. 1984 sah man ihn in der niederländisch-deutschen Literaturverfilmung Ein Loch in der Grenze. Uterweg arbeitete neben seiner Tätigkeit als Schauspieler auch als Synchronsprecher. Er starb am 14. Oktober 2014 im Alter von 76 Jahren im niederländischen Uderhorne, Filmografie, Kino 1970, Rubias Jungle, 1975, Menzegger Jenit, 1983, De Anna, Fernsehen 1966, De Saksako on Van Zeti, 1967, De Dut von E. N. Handelsreiziger, 1969. 1969, De Kleine Zielen, 1974, De Flöck von Wöste Wolf, 1975, UIT de Vereld von Roald Dahl, 1975, De Bienemeier, 1976, SILD Strandjota, 1979, Marco de Hond, 1980, DC's De Klasse, 1981, Tartort, Duisburg-Gruhrort, 1984, Ein Loch in der Grenze.